Ab App gelaufen Lisa steht mit Julian und Kai vor der Schule. Sie tauschen sich über die neuesten Apps auf ihren Handys aus. Kennt ihr schon die Konzert-App? Da weiß ich immer, wo meine Lieblingsband spielt. Ja, cool. Und mit der Video-App machst du Videos von der Band und lädst sie hoch. Hast du die auch, Lisa? Ähm, nicht. Die musst du haben. Und echt toll ist die DIY-App. Du gibst ein, was du nicht mehr brauchst und bekommst Vorschläge, was du daraus machen kannst. Irre, oder? Ja, klingt cool. Ich werde mir das mal angucken. Lisa ist zu Hause. Sie hört Musik. Nebenbei guckt sie alle Apps durch, die sie jetzt hat. Ihr Handy blinkt. Sie hat mehrere Mitteilungen bekommen. Spiele-App. Bringe die Hühner in den Stall. Nachrichten-App. Neues Video von Kai. DIY-App. Dann neue DIY-Idee. Kalender. 15.30 Uhr. Flurie-App. Konzert-App. Blue Tigers. Nächstes Konzert in Hannover. Lisa staunt über die vielen Nachrichten. Puh, wo soll ich denn da anfangen? Aber wenn man einmal mit den Videos angefangen hat. Hey, cooles Video von Kai. Lisa bemerkt, dass ihr Handy wieder blinkt. Sie schaut nach. Hi, ich warte draußen. Wo bleibst du? Hallo? Oh Mist, ich sollte meinen Bruder abholen. Das gibt Ärger. Termin abgelaufen. Oh Backe. Das habe ich voll verpennt. Ich habe mich viel zu sehr ablenken lassen. Wauw!